So willkommen zurück zu Farquay Primal. So dann machen wir hier gleich mal die nächste Mission und zwar Tensei der Schamane. Finde den Wolfsbau und zähme den Weißwolf, damit er an deiner Seite Kämpfessigkeit Mittel, mittlere xp Menge, neuer Spezialist für dein Dorf, Teamfähigkeiten Köder. Jut, dann rennen wir da mal einen Spritze hin und dann mal gucken, was uns da erwartet. Na ja, komm runter hier. So, was habt ihr hier? Tasche für diesen Gestalt ist bereits voll. Scheiße. Oh, jetzt wird das unter Nacht, ey. Oh, scheiße. Oh, scheiß Wölfe, ey. Komm, 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 komm. Ah, fuck. Scheiß Fücher. Oh, fuck. Heiden, heiden, heiden. Komm, verschwinde. Mann, 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 Mann. So, weiter geht's hier. Oh, wie weit denn noch hier? Oh, wie weit denn noch hier? So, zack. Bestienmeister, finde den Leitwolf und Ziemi die Beste, damit sie an deiner Seite kämpft. Machen wir. Der Leitwolf, ich habe zu. Ah, hat man halt nicht schon mal gemacht, irgendwie, ey. Ah, einartig. Ah, setze die Eule ein, um die Udam zu finden, drücke, ja. Um die Eule zu rufen, ja. So, also zurück Töte die Wolfsjäger der Udam Gute Frage, ey, wie kann ich mir nicht angreifen, ey, scheiße Zurückrufen, Bombe, will eine Bombe fallen lassen Toll, ich hab nicht mal einer, äh, zurückrufen, Wegpunkt Na, warte mal Machen wir anders So Ich denke mal, die Eute ist nur zur Erkundung da Na, wenn man sie erstmal irgendwie über den Dödel ziehen So Na, der kommt her Oh, komm her, Alter Der Nächster Keine Zeit für den Quatsch hier Benutze Fleisch, um Köder herzustellen Drücke Q, um das Waffenrad zu öffnen Ach, Köder, okay Herstellen So Folge der Blutspur in die Wolfshölle Heute vorgedrückt, um den Jägerblick einzusetzen Okay Machen wir Speer, Holzfall Das können wir immer gebrochen Äh Wolfshölle Scheiße, wo ist denn hier eine Wolfshölle, ey? Ah, hier geht's weiter Hoffen wir mal Ah, wir können mal spannend, Wolfshölle Wolfshölle Wölfe sind nah Da geht's weiter Da hinten seh ich schon wat Bestien Köder umzähmen Stelle Köder im Waffenrad her Halte Qdrick und markiere den Köder um es zu erhalten Wurf Köder mit Nn aus, um Bestien anzulocken. Nähre dich dem Tier langsam, während er es friss und heute eh gedrückt, um die Bestien zu ziehen. Ach du Scheiße. Na, wo ist du wohl? Na, streiche den mal. Oh, Bestienkontrolle. Du kannst deine Beste auf ein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen lassen. Ziele mit Dings und drücke G, um ein Befehl zu erteilen. Wenn du deine Beste verwundet würdest, geh an sie ran und drücke E. Ja, ja. Wenn du mit C in die Hocke gehst, lässt sich auch deine Beste schwerer entdecken. Aha. Halt die G-Trick und drücke G, um eine Beste zu hetzen. Ach du Scheiße. Ah, Mann ey, da muss man tausend Kinder bedrücken. Angreifen. Ah, komm, greif an. Sehr schön. Meine Meinung. Drücke B, um das beste Menü zu öffnen und alle 10 weitere Tiere einzusehen. Bestienmeister abgeschlossen. Sehr schön. Fähigkeiten. Tänze hat sich da nicht drauf angeschlossen. Schnellreise her, das wissen wir schon alle. Was hat er hier? Da brennt einer. Ach, da wäre... Okay. Dann machen wir noch eine kleine Mission und zwar... Töte die Eindringlinge und rette die Gefangenen weniger. Bleib unentdeckt, sonst werden die Gefangenen hingerichtet. Okay, machen wir noch mal eine Schnellreise. Und dann rennen wir da mal ganz spritzig hin. Ja. 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 So. So. Schiefer. Dann werden wir die weniger mal retten. Boah, was ist denn das da? Ja. Ja. Und dann ist es da. Ja. Das ist... Wenja helfen, Befreiung Erreiche die Gefangenen Rettet müssen zwei Gefangene Ja, ganz schön groß, mal gucken wo die sind Ah ja, ich seh schon So, ist hier noch Ina Da war noch Ina Sehr schön Hätte ich nur Schwerer Vollschild Oh ja Ich bin doch schon da So So Jo, dann Was haben wir denn hier noch Eskorte Okay Können wir jetzt hier noch irgendwas machen, mal gucken Da können wir gar nichts machen, Fähigkeiten können wir auch irgendwie nichts machen Ah, das war Fähigkeiten, okay Wenja Stammbevölkerung, ach du Scheiße Nehmen wir auch noch mit Ich brauche auf jeden Fall eine größere Tasche, ey, das ist totale Scheiße Na, erstmal hier hoch Na, wo sind denn die scheiß Blätter hier? Sind die alle unterödig? Ah, bestimmt unter uns, ey Ah, shit, ey Das ist natürlich belastend Warte mal Wenn wir hier mal Licht machen So 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 So, suchen Zu finden Zu finden sind Sehr schön Südsteinstoff, ich sollte das was bebrauchen So, Feuerstein Anzünden Hoch hier Ja, dann würde ich sagen, äh Machen wir hier erstmal Stopp Und machen auf jeden Fall in der nächsten sauberen, spritzigen Runde weiter Also, haut da rein